Ah, ist das herrlich! Feine Middowston und ein moin Hetenbäcker Koffe, ne? Obwohl, ich möcht' euch sagen, ich bin also ein ganz beiden abgerecht, ne? Töten wir mal, was ich gefunden hab, hier. Ein fein Bull Rum, ne? Und wenn das nur Koller wird, dann ist wohl ein Tid für den feinen Heten Steven Grock. Grock. Wel? Grock kennt ich nicht? Das ist einfach, da kannst du gut ach gucken. Also Rummott, Zuckerkann und Wotterbrück, ne? Ach, ist das lecker! Ja, allerdings trinkt man den Kromju ähnlich bloß, wenn das richtig kohle ist, ne? Obwohl, ich hab' euch ein Baiten-Verbot, ne? Hier, guck mal. Hier, in dessen Bäcker. Du isst'n Thermometer. Und hört mal. Haha, ich hab' doch Ease-In-Done. Und wenn ich jetzt auf Thermometer kik'n do, ne, Junge, die bloß zwei graut. Ha, ich bin also abgerecht, nu giftnackt lieg's'n feinen Steven Grock. Und wie hätt'n immer noch? Ein Steven Grock in the Morning Time is immer noch Baiter. Ach, den ganzen Dach guck' auch keinen. In dessen Sinn. Bebeut mal, jung Bull Decker. Ich hab' nämlich jetzt was anderes für. Tschüss!